Ja, hier vorne geht es um das sogenannte Tavlav. Tavlav ist das Vorstagsprofil für das Vorsegel. Das Segel wird hier in das Profil reingezogen. Wir brauchen also keine Rollanlage, keine Rollrefgenua, sondern haben hier die Möglichkeit die Segel hoch und runter zu ziehen. Ganz herkömmliches System, volle Segelfläche, ganz oder gar nicht. Das Tavlav wiegt übrigens nur neun Gramm pro Meter. Neun Gramm pro Meter. Das ist ein bisschen weniger als die Rollref-Anlagen.